Oho, schön langsam mit der Wascherbahn, Scheiße, meine Hände. Komm, Fünfer, wenn einer jetzt hier rein pullert, beim Fahren. Ein Fünfer nur. Oh nein, ist schon wieder so ein Pieselstrahl. Das Wasser stinkt ganz schön hier. Klar lenken. Jetzt geht runter in die Höhle hier. Boah, das Kätzler schalliert. Was ist das denn? Kacke. Kacke. Kotenkacke. Die machen hier keine Hände, nur Wasser. Boah, egal wo. Das ist ja runter. Das ist eine Kloake hier. Das ist eine Kloakenbahn. Das ist kein Kacke. Nein! Der Bauer das als Külle rutscht. Ja. Das ist ein Kloake. Das ist ein Kloake. Das ist ein Kloake. Das ist ein Kloake. Oho. Normalerweise bin ich so ein Baden hier eigentlich nie so gut. Ich bin immer da getroffen wird. Das ist immer wieder ich. Und das ist ein Kloake. Und das ist ein Kloake. Oh, das war ein Kloake. Das wird sich ein Kloake. Ne, das war Witzig an. Also guck mal wie das aussieht. Marke Wasser. Das ist aber voll grünig am Rand. Das ist ja großartig. Das kommt ins Wellbecken hier. Das ist für etwas verasen hier. Ja. Das ist ein Kloake. Du kannst doch abbauen, du kannst einen Pool machen. Aus Lego baue ich euch wieder. Aus Lego? Wir sind nicht im Legoland. Oh, da ist der Wasserfall. Ach klar, Wasser im Boot. Ja. Wir überholen die noch. Ja. Das ist der Dämische Muschi. Hauptsache ich krieg nichts von dem Wasser ab. Horrorfuhr. Ja toll, ich jetzt in den Wasserfall da oder was? Ahhhhh. 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 Oh Gott! Hier ist wieder sauberes Wasser. Jungen, setz dich! Juhu! Nein! Lecker! Oh, da stehen sie wieder im Stau dahinten. Da wollen wir jetzt voll reinballern. Die konnten aber neues Wasser einlassen, ne? Ah! Was ist denn da? Oh ja, Bernice, das geht zum Pfander. Ich soll doch mal einmal wegnehmen. Foto! Wieder raus! Oh, ne! Das schlürt die Kläranlage hier. Das ist ja auch nicht. Ja! Ja! Das war Rupata! Entschuldigung! Bleib sitzen, bis das Boot ist. Ich wäre froh, dass die anderen bei nichts wurden. So eine Kloake. Ja, ja! Oh! Bleib sitzen, bis das Boot ist. Ich wäre froh, dass die anderen bei nichts wurden. So eine Kloake. Ja, in wen muss ich im Südschuss haben? Das ist doch Tagexper. Da muss ich mich wenden. Was? Ich bin schwer verletzend. Kann nicht mehr laufen. Der Weg, der Wasserbahn. Bleib sitzen. Was? Den laden wir nicht zu hier. Fahrgeschichte ist. Wasserbahnen werden alle zugemacht. Freizeitparks.